Im niederbayerischen Hintersbrunn ist etwas faul. Das ist für Gundi Stark nichts Neues. Die Reporterin aus München ist der Enge des Dorfes vor Jahren entflohen. Nun ist ihr Vater dort unter merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen. Eine Skulptur, die an eine Gräueltat aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern soll, hat ihn zu Tode aufgeregt. Während der Beerdigung macht ein Dorfbewohner im Wald eine grauenvolle Entdeckung. Gundi wittert eine Story und tritt dabei ausgerechnet ihrem Jugendschwarm und Dorfgröses Django auf die Füße. Was hat er zu verbergen? Jetzt im Buchhandel. Sattelzement.